Hey, Leute! Los, schließt die Fenster. Meiner Tochter und mir ist der Sprit ausgegangen. Tut mir leid, wir können Ihnen nicht helfen. Machen Sie die Straße frei! Kommen Sie nicht näher! Leute! Fahr weiter! Sie ist infiziert. Sie werden sterben. Jeder wird mal sterben. Die Regeln sind einfach. Nummer 1. Vermeide um jeden Preis bewohnte Gegenden. Wohin fahren wir? Ich bringe uns in Sicherheit. Es ist ein altes Motel. Es steht schon seit Jahren leer. Nummer 2. Kommst du mit anderen Menschen in Kontakt? Geh davon aus, dass sie infiziert sind. Bleiben Sie, wo Sie sind! Nummer 3. Das Virus kann auf Oberflächen bis zu 24 Stunden überleben. Berühre auf keinen Fall etwas, das nicht desinfiziert wurde. Alles wird gut! Und die letzte Regel... Was ist passiert? Nichts! Nimm dir, was du brauchst. Steig aus. Und schau nie zurück. Brian, das kannst du nicht machen! Lass mich hier nicht zurück! Wer gegen die Regeln verstößt, stirbt. Wer sie befolgt, überlebt. Vielleicht. Brian? Das ist nicht Brian. Du hast sie umgebracht. Jemand musste es tun. Wolltest du das übernehmen? Brian! Stehen bleiben! Lassen Sie mich los! Zurück! Bleib zurück! Hilfe! Ich bin nicht infiziert. Er ist infiziert, richtig? Ich will nicht so enden wie er. Was ist hier los? Brian, tu's nicht! Dies? Ich will nicht... авanimen. Ich will nicht.